Sehr geehrte Frau Bundesrätin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie ein weiteres Mal sehr herzlich willkommen in diesen Räumen im von Roll-Areal der Universität Bern. Ich gehe davon aus, dass Sie zuvor das Programm ausführlich studiert haben, um zu wissen, was Sie heute alles erwartet. Dabei ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass wir mittlerweile bereits die zehnte Veranstaltung unserer jährlichen IT-Beschaffungskonferenz durchführen. Zehn Jahre, das ist eine relativ lange Zeit, zumal für die Digitalisierung und ich hoffe, dass Sie aus dem verwendeten Titelbild, das jetzt gerade weggeklickt wurde, doch da oben ist es noch zu sehen, also aus dem verwendeten Titelbild nicht den Eindruck gewonnen haben, dass wir mittlerweile auf den Hund gekommen sind. Auch wenn offenbar, so habe ich aus der Zeitung entnommen, die Corona-Zeiten dazu geführt haben, dass Menschen sich vermehrt für Hunde und auch andere Haustiere interessieren. Das nur am Rande. Die Beschaffung von IT erscheint angesichts anderer wichtiger Beschaffungsfelder wie dem Bauwesen ein relatives Spezialthema zu sein. Jedoch sollte uns gerade auch die Corona-Pandemie vor Augen geführt haben, von welch zentraler Bedeutung die sachgerechte Verfügbarkeit und die Nutzung von Informatikmitteln ist. Ohne Werkzeuge wie Zoom und Teams, um nur diese zu nennen, hätten wir an der Universität Bern unseren Lehr- und Forschungsbetrieb in diesen Monaten nicht aufrechterhalten können. Stattdessen haben wir jede einzelne Veranstaltung so geliefert, wie wir es versprochen haben. An anderen Orten in der Verwaltung und den Unternehmen dürfte es ähnlich gewesen sein. Mehr als alles andere haben uns die vergangenen Ereignisse gelehrt, dass Informations- und Kommunikationsmittel die zentrale Ressource unserer Wissensgesellschaft sind und wie sie zum Funktionieren unserer Gesellschaft beitragen. Ich muss deswegen, um bei den Tieren zu bleiben, keine Eulen nach Athen tragen, um hier noch einmal festzustellen, mit der IT-Beschaffungskonferenz bespielen wir das richtige Thema zur richtigen Zeit. Der andauernd große Zuspruch zu dieser Konferenz bestätigt uns dies auch und ich bedanke mich an alle, die schon wiederholte Male hier jetzt dabei sind, für ihr Interesse über all diese Jahre. Ich wünsche Ihnen im Namen des Programmkomitees und auch der Universität Bern, die hier der Gastgeber ist, für heute lehrreiche und inspirierende Stunden und erkläre damit die zehnte IT-Beschaffungskonferenz für eröffnet. Ja, ich darf, bevor es weitergeht, Herrn Matthias Stürmer das Wort erteilen. Er wird im Wesentlichen durch dieses Programm führen und noch einige, vor allen Dingen auch organisatorische Hinweise zur Veranstaltung geben. Ich danke, meine Damen und Herren. Ja, merci Thomas. Merci Thomas für die E-Führung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, herzlich willkommen Frau Bundesrätin. Für mich ist es ein emotionaler Moment, jetzt nach zehn Jahren immer noch hier vorne stehen zu dürfen. Es war doch jetzt einige Zeit schwierig, Anlässe zu organisieren und umso mehr freut es mich, dass wir heute vor Ort sein dürfen. Wie gesagt, ich muss Ihnen noch ein paar wichtige Dinge zum Schutzkonzept mitteilen. Wir haben hier das 3G-Prinzip, das nicht, wir sind ein bisschen zurück, von 5G wieder zurück auf 3G gewechselt und haben jetzt eben ein gültiges Covid-Zertifikat alle, die hier heute anwesend sind. Maskenpflicht, ausser bei den Sprechenden, während drei Meter Abstand gewährleistet werden kann, wäre Maskenpflicht in den Innenräumen, draussen natürlich nicht. Sonst auch eben gebührend Abstand zu halten, wäre wichtig. Und das Essen sollte im Sitzen eingenommen werden. Deshalb werden wir für das Mittagessen vis-à-vis in die Fabrikstraße 8 wechseln und dort im Untergeschoss das Mittagessen einnehmen. Das Gute ist, das Wetter ist schön, wir können das Apero durchführen. Am Abend, die alle, die es bis dahin durchhalten, sind dann herzlich eingeladen zum Apero. Als Veranstalter von dieser 10. IT-Beschaffungskonferenz freut es mich sehr, dass wir weiterhin die Bundesverwaltung vor Ort haben, die Schweizerische Informatikkonferenz, Swiss ICT, CA Open und die Uni Bern. Und weitere Partner an diesem Anlass sind verschiedene IT-Verbände aus der ganzen Schweiz. Von dem her ist es eine breit abgestützte Tagung erneut. Was Sie auch schon gehört haben möglicherweise, ist, dass wir eine Event-App haben, damit Sie heute, wir haben keine gedruckten Broschüren, wie am Anfang vor 10 Jahren, heute macht man es mit der App. So wie die Covid-Zertifikat-App haben wir auch eine Events-App. Und da können Sie dann quasi schauen, wo, in welchem Raum, welcher Speaker einen Vortrag hält und können da noch Zusatzinformationen kriegen. Insbesondere auch für die Feedback sind wir Ihnen dankbar. Wir verteilen auch keine Blätter mehr, damit man Feedbacks aufschreiben kann, sondern Sie können das in der App abgeben zu den jeweiligen Referaten.